Hallo YouTube und willkommen zu einem neuen Technik-VT-Video. Ich schulde euch ja noch einen Abschlussbericht zu Feedly und der Bezahlversion Feedly Pro. Das Ganze nutze ich jetzt ja bereits seit mehreren Monaten und ich muss ganz ehrlich sagen, ich bin zufrieden, aber eigentlich nur, weil ich jetzt zahle und den Dienst unterstütze. Die ganzen Features, die ich in der Pro-Version freigeschaltet bekomme, die nutze ich nicht wirklich. Also wenn ich mich mal daran erinnere, es war so die Rede von Speedboost. Gerade kleinere Feeds sollten schneller angezeigt werden, 30% schneller. Ich teste das immer am Faultier-Blog und noch bei ein paar anderen Seiten, die wirklich nicht oft aufgerufen werden. Und da bekomme ich die Seiten nicht schneller als sonst angezeigt in meiner Übersicht. Also da habe ich nichts von. Genau das Gleiche gilt eigentlich für diese Pro-Features, wie die Feeds zu Evernote speichern oder komplett zu, seit neuestem auch komplett bei Dropbox zu hinterlegen. Da bin ich irgendwie überhaupt gar nicht so der Fan von. Da gibt es andere Dienste, Pockets und was nicht alles Mögliche, was man damit machen kann. Ich nutze Feedly in erster Sicht, um da wirklich die ganzen, was weiß ich, hoffentlich inzwischen immer noch zweistelligen Blog- und Technikseiten und Newsseiten irgendwie am Tag einigermaßen nachverfolgen zu können. Und dafür nutze ich Feedly die ganzen Pro-Features. Sorry, sorry, sorry. Auch diese inzwischen gratis Suchfunktion, auch leicht verfeinerte Suchfunktion nutze ich eigentlich gar nicht. Da kann ich euch leider nicht helfen. Das Hauptfeature, wie gesagt, das, wo ich eigentlich, naja, Hoffnung drin gesetzt hätte, wäre halt dieses Speedbooster Pro-Feature. Aber nö, da merke ich gar nichts von. Und erfreulich ist, dass in den letzten Wochen, nachdem Feedly ja da erpresst wurde, der Dienst wieder flüssig läuft. Eigentlich so gut, wie keine Aussetzer mehr hatte. Und ich nach wie vor Feedly als RSS-Sammlerdienst wirklich empfehlen könnte. Die eigene App nutze ich nicht wirklich. Nach wie vor dann Press by Android oder halt der geniale Reader für iOS als App, um dann Feedly als Dienst zu abonnieren. So, das soll es aber gewesen sein. Das noch als kleiner Nachschlag zu Feedly. Vielen Dank fürs Zugucken. Macht es gut und bis zum nächsten Video. Tschüss.